Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cultures, das 8. Weltwunder. Und wir wollten uns anschauen, was sich hier im Flüchtlingsgebiet so verbirgt. Ganz sicher bin ich mir zwar nicht, weil das letzte auf dem Wissen her ist. Und ja, die letzte Folge, die kam jetzt auch, glaube ich, eine Woche her, das ist was veröffentlicht wurde auf meinem Kanal. Aber das liegt daran, dass ich, ja, kurzfristig operiert wurde auf dem Ellenbogen. Und könnt ihr euch vorstellen, die ersten Tage, die Webcomputer, und da hab ich gedacht, ja, mach's mal eine Woche Pause. Kann scharf nicht produzieren, warum machen wir schon wieder? Aber dafür geht's diese Woche wieder ganz normal los. Hier ist gar nichts, vollkommen sonst, diese komische Sandsturm hier. Wir sind hier am Ende. Na da. Alles für die K2. Schieben wir die mal hier rüber. Und wir gucken mal, wir haben 48 Bruchsteine erst. Zieht sich ein wenig, ne? Weil der schon wieder nischt macht. Weisst was? Äh, Arbeitsstätte weg. Was ist denn da nicht? Jetzt klopft da oben und danach muss den Träger und rutscht das wieder da rein, ey. Weisst du? Ach, Mann. Wo sind unsere zwei Händlers? Das ist mit Marmor. 40 Stück. Händler. So, weisst du was? Wie viel hast du jetzt von welchem dabei? Zwei Marmor, ein Steinblock. Das ist natürlich nicht viel. Halt das Werkzeug. Wieso du? Halt das Werkzeug dabei. Zwei Marmor, ein Steinblock. Warum ein Steinblock bitte? Das muss man mir mal bitte erklären. Da sind 28 Schuhe drin. Fünf Wasser. Wieso bringt ihr den Leben da hoch? Ich hab doch hier angegeben. Ja. Muss man nicht verstehen, oder? Die Hand wieder zurück. Geht mal einen Schritt höher. Und jetzt da rüber. Ja, ein bisschen was erkunden schon. Vor allem Sigurd. Was macht der denn jetzt? Wo willst du hin? Nein, Gott. Ihr macht das schon. Irgendwo wollte ich von dir was erhandeln. Verteidungssamolette. Dazu brauchte ich Langschwerter. Dafür hab ich, glaub ich, irgendwo ein Boot beladen, gell? Genau. Gut, guck mal, da sind... Da ist ne Gäste. Guck mal, ich mach's mir auf jetzt. Guck mal, was da drin ist. Guck mal, ich mach's mir auf jetzt. Nimm mal mit. Da fahre mal mit, Mensch. Watze. Lasst euch Jani umbringen. Jani! Aber alle weg jetzt. Gras. So stark waren die Löwen sonst doch nicht. So, 10 Minuten Pause. Manometer. So, du da rein. Fahrzeug zuweisen. Hat nichts zu tun. Und zwar sollst du entladen. Nein. Das ist jetzt blöd. Wie krieg ich die jetzt... ...darüben rein? Es ist doch blöd. Kann ich da jetzt ein... ...ganz ein kleines Lack aus? Wow. ...kundschafter Wegweiser bauen. Das hab ich mir gedacht. Weil die hat ja Wegweiser nicht richtig... ...kundschafter... ...zuh. Geh nochmal da rein. ...und... holen wir mal die zehn langschwörter an bock bitte halt 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 mal her mach mal bitte ein Ochsenkorn den habe ich ja da du gib noch mal raus nein das war's das war's schon jetzt jetzt macht er weiter gut das ist ja schön das wird sich eher legen ich wills nur mal schauen pass auf kannst du trotzdem was sind für die langschwörter drin? die waren da drin ahaha hehehehe oh Mann ach falsches Ding ja nee wo müsste ich denn da hin? und jetzt toll dü 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 das war's du, gell? kann einen Handelsauftrag nicht erfüllen so, den können wir dir wieder rüberschübern bam 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 alle Zähne wieder ran kann einen Handelsauftrag nicht erfüllen, weil Angst wird Die sind gleich wieder da Keine Angst Ich bring sie zurück Ich hab gedacht so geht es schneller Natürlich nicht Alle 10 wieder an Bord Dann auf Darüber schippern 55,45 Das ist schön Jo Eventuell Wegweiser bauen Wir bauen gerade nichts Nein Deswegen wirst du jetzt auf Träger Und zwar da oben Krieg ich von euch eigentlich Bruchsteine? Verlangt zwei Bruchsteine für Münzen Bringt mal nix Hätte ich nur Münzen gekriegt Hätte ich den was geliefert Komm lass mal den mal da oben stehen Wir müssen das Schiff entladen Go Go Jetzt ab So jetzt könnte der hier gleich loslegen So So Reif Bist So kann man hier hinzu gewiesen Bein Langschwert Langschwert ist da Zwei Stückchen jetzt quatsch damit niemanden mehr das ist verrückt dabei nur hunger quatsch das anstrengend war nur ein ins nichts quatsch weil wir wollen ja ja das hat sich alles schon erledigt wieso der nix zu tun hat jetzt bin der wohl den bruchstein mann wahnsinn das nicht den bruchstein das hätte ich nie gedacht dass das so lang dauert irgendwie den bruchstein zu liefern was fehlt dir? du hast alles ach so essen ich dachte ich würde jetzt von hier den bruchstein da haben wir noch zehn elf ne vier fünf zehn das ist auch nur ein tropfen auf den heißen stein jetzt gucken wir noch mal ob unser händler hier handeln möchte das ist los gestopft es funktioniert es funktioniert mein gott es funktioniert jetzt bist du erstmal kurz der bruchstein und jetzt wieder bauer weiter damit der filter weg ist packstein hier hat nichts zu tun hier wenn du gar nichts zu tun hast hol holz also da kannst du dich tagelang abkniffen was hast du jetzt geholt holz ist voll was auch immer er gerade geholt hat hol irgendwas von da drüben die gehen wir eigentlich ziemlich gerade alle auf den pis das zieht sich einfach so heftig warum habe ich da 64 bruchstein und da aber nur 48 65 hä hab ich irgendwas verpasst jo da sind doch nur 48 drin 49 hä das das ich nicht verstehen tu ne alter Steinmetz boah du kriegst gleich Arbeitsverbot habt ihr das gesehen? hab ich den einfach wieder geklaut Alter das ist der letzte Marmo den du erstmal machst krass krass das ist ja das ist ja so dann holt er den letzten von da aber trotzdem finden wir noch die paar den hat sie auch wieder abgezogen haben wir keine Schafe? ja doch haben wir da ich hab keine Ahnung jetzt hat er wieder nichts mehr zu tun so was machen wir jetzt mit dir? ich nehm jetzt echt jeden fleck wo ich irgendwo was abbauen kann noch mit was hat er denn jetzt wieder weggebracht? was hat er denn jetzt wieder weggebracht? Weißt du, irgendwas dabei? Fünf Verteidigungsamulette. Dem, 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 dem. Also beim Händler ist es scheinbar an dem ist es rotzegal, ob die verbunden sind. Braucht er überhaupt noch Dings? Wegweiser. Bei der Eins braucht er es unbedingt. Hier habe ich es eigentlich immer einfach gebaut. Aber ich war mir nie sicher, ob ich da die brauche. Weil nachdem die Baubeide ja nicht dahin kommen, aber er schon, habe ich das Gefühl, die brauchen das gar nicht. Zur Hölle? Händler wird bald. Was ist mit dem Händler los? Kein Kommandanten. Da ist ein Händler gestorben. Der backt ein Handkorn im Ochsenkorn. Okay. Das ist schlecht. Das war sehr schlecht. Handkorn zu weisen. Warum fahren die da so blöd? Hä? Da hat er gerade den Händler anzugewiesen. Das geht mir nicht ganz im Kopf jetzt. Eins. Nein, nicht, 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 nicht. Da weg. Da. Und da. Und zwar auf der Muli da. Sure, backstein. Nichts zu tun oder nichts zu tun. Waren ich auf dem Hochstein. Irgendwann. Werden wir das auch mal geschafft haben. Alter, ich steig durch. Nicht. Ich glaube, das versuche ich noch irgendwie so hinzukriegen. Wahnsinn. Ich schaue mal, dass ich das irgendwie kurz vor, bevor es fertig wird, dass ich da weitermache. Denn so hat es ja keinen Sinn. Es dauert eben. Ich muss gucken, wie ich jetzt noch an den Hochstein komme. Glauben wir mal. Gell? Also bis dahin. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und wir auch Feedback freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.